So schnell kann man gar nicht schauen, bis die einst einfachen Gartenarbeiten zu einer großen Herausforderung werden. Spaß mit den Tipps, die du in deinem Garten umsetzen kannst, damit der auch in deinem hohen Alter noch bewegungsfreundlich ist. Ich bin ein großer Fan von den Tomatenhaken und das nicht nur bei meinen eigenen Tomaten, sondern auch bei rankenden Gewächsen, wie zum Beispiel bei den Bohnen und auch bei den Gurken. Der Vorteil von den Doppeltomatenhaken ist, dass ich meine Pflanzen unbegrenzt wachsen lassen kann, aber sie dann so auf dem Boden abwickeln kann, dass sie halt immer noch in Greifhöhe sind und ich sie so viel besser pflegen kann, ohne dass ich jetzt meine Arme weit nach oben strecken muss oder dass ich sie oben abtrennen muss und hier meine Ernte zum Beispiel versäume, wenn ich hier zum Beispiel Tomatenstäbe nutze und das verhindere ich mit den Tomatenhaken. Jedes Mal, wenn die Pflanze über den Haken hinaus wächst, kann ich einfach wieder ein bisschen ableiten lassen, ein bisschen mehr Faden geben und schon kann ich dann wieder zugucken, wie die Pflanze weiter nach oben wächst. Vor du dich für dein Gemüsebeet hinknien musst, heb das Beet einfach nach oben mit Hilfe eines Hochbeetes. Du kannst du rücken- und knieschonend arbeiten und hast sogar die Vorteile von der langzeitigen Düngung aufgrund der Füllung. Mit regelmäßigen Mulchen und etwas auffüllen, zum Beispiel mit Bokashi, brauchst du gar keinen zusätzlichen Dünger für deine Pflanzen kaufen. Mit frischem Pferdemist in der Befüllung im unteren Abteil des Hochbeetes kannst du hier nochmal zusätzliche Wärme erzeugen, das heißt, du kannst dann hier schon sehr früh im Jahr anfangen, Salate zum Beispiel vorzuziehen und das Hochbeet als Frühbeet und funktionieren zu lassen, weil dieser Pferdemist durch den Zersetzungsprozess hier sehr viel Wärme freigibt und deine Pflanzen davon profitieren. Hochbeete kannst du recht günstig selber bauen. Ich habe damals meine auch über Kleinanzeigen bauen können, weil ich dann nach Paletten gesucht habe und da habe ich dann genug Leute gefunden, die mir ihre Paletten geschenkt haben. Aus Steinen kannst du dein Hochbeet auch bauen oder vielleicht findest du auch auf Kleinanzeigen oder bei dir vor Ort irgendwelche Holzreste, alte Holzbalken, die du vielleicht auch zusammen sammeln kannst und daraus dein Hochbeet bauen zu können. Ich selber habe auch Videos dazu gemacht, wie ich mein eigenes Hochbeet gebaut habe. Das ist schon ein bisschen etwas länger her, werde ich aber trotzdem in der Infobeschreibung oben verlinken. Einen genialen Tipp beim Bau vom Hochbeet kannst du auch umsetzen und zwar kannst du immer wieder mal Lücken auf den verschiedenen Ebenen lassen, damit du dort zum Beispiel von außen Erdbeeren reinsetzen kannst. Das kann man auch zum Beispiel mit Holzfässern machen oder ganz normalen Regen tun, wenn du halt von außen irgendwie Löcher reinbohren kannst. Und so kannst du dann effektiv nochmal in der Höhe zusätzlich Fläche ausnutzen und deinen Ertrag erhöhen. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan vom Gärtnern ohne Umgraben. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass du hier zu diesem Kanal gefunden hast. Genieße einfach hier dieses Video. Ich tue meine Anbauflächen nicht mehr anstrengend umgraben, sondern mulche einfach nur sehr dick, damit halt hier das Bodenleben und die Pflanzen diese Aufgabe erfüllen, dass der Boden halt immer schön locker, fluffig und krümlich bleibt. Einen ganzen Podcast zum Thema Mulchen widmet Daniel und ich uns und den werde ich euch auch oben in der Infocard bzw. auch in der Videobeschreibung verlinken. Sehr spannend. Da gehen wir zum Beispiel ein, welche Vor- und Nachteile verschiedene Mulchmaterialien denn haben. Lediglich zur Beetvorbereitung im Herbst oder auch im Frühjahr nutze ich eine Grabgabel. Am besten ist die Broadfork. Da musst du dich wirklich null bücken. Ist nochmal richtig rückenschonend. Und da lockere ich halt ein bisschen den Boden auf, indem ich halt hier die Gabel reinsteche, ein bisschen locker und hier die Sauerstoff ein bisschen in den Boden mit reinbringe, damit hier nochmal das Bodenleben besser arbeiten kann. Und wie gesagt, über den Winter alles gut gemulcht und dann übernimmt das Bodenleben die ganze Aufgabe. Weiterer Vorteil vom Mulchen ist, dass der Boden bedeckt ist und hier die Erde länger feucht bleibt, was ja vor allem hier in der Dürreperiode momentan im Sommer sehr verheerend sein kann, wenn man gar kein Wasser hat. Da kann hier Mulchen helfen, um Wasser zu sparen. Außerdem werden die Pflanzen kräftiger und vitaler durch das arbeitete Mikrobiom. Das heißt, dass sie mit den Jahren her immer weniger schädlingsanfällig sind. Das konnte ich zum Beispiel bei mir feststellen, dass ich jetzt in dem Jahr überhaupt gar keine Probleme mit Schnecken habe. Wirklich null, während halt andere Gärten hier bei mir im Umfeld immer wieder regelmäßig Schneckenprobleme haben. Zum Teil auch ganze Beete weggefressen werden. Die Schnecken ignorieren hier meine Pflanzen und setzen dann vielmehr den Mulch, den ich denen halt zur Verfügung stelle, um, weil da auch Küchenreste zum Beispiel bei mir mit dabei sind. Je Natura dein Garten wird, desto weniger Zeit und Nerv musst du zum Beispiel für die Schädlingsbekämpfung über die Jahre hinweg aufwenden. Durch das Mulchen kommt auch viel weniger Beikraut in deinen Beeten hoch, wodurch du viel weniger zupfen bzw. auch hacken musst. Und selbst wenn, kannst du locker und flockig das Beikraut einfach rausrupfen. Das geht, wenn der Boden wirklich tiefgründig, locker und humusreich ist, mit links. Obstbäume sind eine sehr wichtige Komponente in der Selbstversorgung bzw. auch in einer reichen Ernte und für die Natur auch im Allgemeinen. Und hier gibt es auch unterschiedliche Größen und Variationen. Darunter zählen zum Beispiel hochstämmige Obstgehölze. Für mich persönlich sind das die wertvollsten Bäume, weil sie halt so eine immense Größe auch erreichen und hier eine ganze Vielfalt mit fördern und Früchte nicht nur für uns Menschen geben, sondern auch für die Tiere. Problem ist halt nur, die werden halt richtig massiv und die kannst du halt nicht überall einfach in einem Hausgarten mit reinsetzen. Außer du möchtest mit Absicht zusätzliche Probleme bei dir ins Leben mit reinziehen. Diese Art der Bäume braucht noch ein bisschen mehr Pflege. Beispielsweise brauchst du auch eine Leiter, um halt zum Beispiel die oberen Kronenschichten zu beschneiden oder auch wenn du dann Früchte ernten möchtest, dann kann es dann mal schnell passieren, dass du eine Hebebühne brauchst oder es einfach viel zu gefährlich ist, wenn der Baum dann 10 bis 15 oder 20 Meter hoch ist, dann tust du es sowieso meistens den Vögel auch überlasten. Problem ist halt nur, wenn jetzt mal ein starker Sturm kommt, dann kann es dann mal passieren, dass ein etwas älterer Ast oder ein größerer Ast einfach runterfällt und dann kann er eventuell auch für Personen- und Sachschaden verantwortlich sein. Hier im Garten bei meinen Eltern haben wir halbstämmige Obstbäume reingesetzt, die halt vom Wuchs her etwas kleiner und pflegeleichter sind und halt mehr für den Hausgarten geeignet sind. Du kannst auch Spalierbäume nutzen. Das sind speziell gezüchtete und gepflegte Obstbäume, die wie Trauben horizontal an einem Gerüst wachsen. Die sind meist auf eine durchschnittliche Körpergröße angepasst, wodurch du halt sehr einfach hier deine Äpfel und Birnen kultivieren kannst. Und Tatsache, das erste Mal, als ich einen Spalierbaum gesehen habe, war in einem Garten von Rentnern, als ich denen bei ihm im Gartenhaus geholfen habe. Das Beste ist immer noch Prävention. Das heißt, mir kannst du vorbeugen, dass du im hohen Alter auch noch sehr bewegungsfähig bist. Ganz klar, mach regelmäßig Sport. Da führt einfach nichts drumherum und zwar hier mehrere Sportarten. Ausdauerbetont aktiv bist, wie beispielsweise Joggen oder auch Fahrradfahren oder auch Tennis, was weiß ich noch, Schwimmen geht natürlich auch und andere Tätigkeiten, wo du kraftbetont bist. Das heißt, hier ganz klassisch Krafttraining, musst du nicht mal ins Fitnessstudio gehen, du musst nicht mal so diese Bodybuilder-Laufbahn gehen. Das reicht einfach nur Eigenkörpergewichttraining, brauchst vielleicht nur eine Klimmzugstange, kannst ja überall an die Tür montieren, Liegestützen, vielleicht für den Bauch ein paar Sit-Ups und Kniebeugen, das reicht vollkommen, um fit zu sein. Ergänzen noch ein paar Dehnübungen und da kann ich dir garantieren, dass dein Körper auch im hohen Alter noch geschmeidig laufen wird. Wenn ich die Tomatenstäbe in die Erde bringe, dann sind die gerade mal auf einer Höhe von 1,50 Meter. Wenn man jetzt hier sich um die Gurken kümmert und sich dann mal bückt, Beikraut wegmacht oder ähnliches, dann kann es dann mal schnell passieren, dass die in einem Auge landen können. Das war es auch schon. Schreib doch gerne unten in die Kommentare, wenn du noch weitere Tipps zum Ergänzen hast, damit wir hier gemeinsam als Community nochmal unseren Wissenshorizont erweitern können und uns hier uns gegenseitig unterstützen. Gerne dem Video auch einen Daumen nach oben geben, falls dir das Video mehr wertgegeben hat. Kann auch kostenlos abonnieren, damit du hier keine Benachrichtigungen verpasst, wenn ich weitere solche Videos hochlade. Hier an der Seite findest du noch zwei weitere spannende Videos, die dich in deinem Leben nochmal zusätzlich unterstützen können. Dein Garten in Richtung Naturnah- und Permakultur aufzubauen oder auch in Sachen natürliche Gesundheit, wie du dein Leben ohne Krankheit führen kannst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschalten hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.